Also, dass es mit diesem traditionellen männlichen Rollenbild nicht weitergeht, ich glaube, das ist klar. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, 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 da sind wir uns alle mehr als einig. Alle sagen das. Ihr wisst, dass sie ist. So lieb und nett, wie sie ist, aber natürlich auch keine Ahnung. Einfach nicht unterwegs gewesen, nicht im Schützengraben gewesen, gar keine Erfahrung, wie läuft das zwischen Mann und Frau, wie läuft das Flirtspiel, wie funktioniert das menschliche Säugetier. Beim Flirten, beim Dating, in der Partnerwahl. Dazu muss man vielleicht auch mal in der Praxis gewesen sein. Du kannst es nicht aus deinem Büro raus entscheiden, wie jetzt Männer und Frauen sein sollen, sondern das entscheidet die liebe Natur für uns und was eben funktioniert. Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? Ja, ganz klar. Und würde ich euch gerne noch einen Kommentar von Sonja vorlesen. Sie sagt, wir brauchen keine neue Männlichkeit, wir brauchen eine neue Menschlichkeit und die ist geschlechtsneutral. Kannst du weniger aussagen mit einem Satz? Kannst du mehr Mainstream-Laberkasten als dieser Satz sein? Nein. So Freunde, endlich mal wieder die jederzeit freiwillig gezahlten GEZ-Medien. Heute in Form von Arte gegen die Männerschaft. Endlich mal wieder genüssliches Männerbashing. Let's go. Also wir haben jetzt schon einige Aspekte tatsächlich, glaube ich, besprochen, des klassischen Männlichkeitsbildes, die problematisch sind. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall habt ihr, glaube ich, deutlich gemacht, dass es auf jeden Fall auch ein strukturelles Problem ist, so Sven. Ist auf jeden Fall ein systemisches, strukturelles Problem in einem strukturellen System. Ja, das ist so systemisch das Ganze. Ja, die Männer dominieren hier so stark, dass du da praktisch sieben Frauen hinsetzen kannst, um anderthalb Stunden Männerbashing zu betreiben. Und Männer sind ja verge... und was weiß ich was. Ja, das praktisch das klassische Männerbild ist jetzt, ja, dass du Frauen abmurkst und ähnliches. Das ist das klassische Männerbild. Stellt euch mal eine andere Sendung vor, ja, wenn jetzt hier, nehmen wir an, das Thema wäre, wann ist eine Frau eine Frau und dass Frauen ja so toxisch sind und so hinterhältig und so manipulativ. Und hast du nicht gesehen, ja, und da würden dann hier sieben Männer sitzen und lauter Männerrechtsaktivisten und so richtig krass rechts außen, wie die beiden hier, die beiden Spezialisten und Experten und hier der Wissenschaftler, ja, so richtig hardcore links außen sind. Ja, stellt euch das mal andersrum vor, dass da irgendwelche Leute rechts außen sitzen, ja, wie die Frau denn heute zu sein hat und dass die Frauen ja alle gottenschlecht und was weiß ich was sind, ja, und sich unbedingt ändern müssen und Toxic Femininity und so weiter und so fort. Müsste eine lustige Steinigung werden. Also, absolut krasses Patriarchat. Tobias, du hast ja auch in deinem Buch gesagt, ja, lasst uns da was ändern, aber nicht ganz so schnell, also ein bisschen bedacht sein. Du hast jetzt der, beziehungsweise du sagst, du setzt dich dafür ein, dass wir möglichst viele mitnehmen müssen dabei und dass wir dafür sorgen sollen, dass wir möglichst auch viele mitmachen wollen dabei. Ich hätte es auch lieber gern morgen als gestern, ich sage nur, es ist eine Illusion, tiefgreifende gesellschaftliche Strukturen, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende eingearbeitet haben in Gesellschaften, per Knopfdruck und in dem Fall wären ein paar Jahre, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte, Knopfdruck aus der Welt schaffen zu können. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Biologie, also Rassismus und Realität. Man von sich selber ja weiß, wie schwierig es ist, erlernte Mechanismen, Verhaltensweisen abzulegen. Ja, und das ist ja völlig klar, dass es absolut nötig ist, dass die Männer keine Männer mehr sind, ja, weil, ja, viele Männer sind, oder ein Teil der Männer sind gewalttätig, deshalb sind das die Männer, die gewalttätig sind, ja. Stellt euch vor, wenn da irgendwer sitzen würde und sagen würde, alle Frauen sind so und so und die Frauen müssen abgeschafft und geändert werden, weil es halt durchaus viele Frauen gibt, die hinterhältig und manipulativ und mehr auf der psychologischen Seite gewalttätig sind. Ja, du kannst auch nicht sagen, ja, alle Frauen sind so und so und bitte weg damit. Wenn sie dann noch von, nochmal dazu gesagt, ich unterstütze den Feminismus. Hast du dich schon dissenziert? Nee, die sind von mir. Nee, du musst dich dissenzieren. Aber wenn sie dann von einer ideologischen, sehr dogmatischen Seite des Feminismus auch mit Häme übergossen werden, wenn teilweise die Lebensläufe oder ältere Männer, ich sag mal 60, 70-jährige Männer, die vielleicht noch in der Nachkriegszeit oder sogar noch im Krieg geboren worden sind, diskreditiert werden, diffamiert werden. Wenn ihnen immer nur gesagt wird, dass sie alles falsch gemacht haben, dass sie nebenbei noch den Planeten zerstört haben, wenn Industriearbeiter, die ihren Job verloren haben, wenn Kohlearbeiter, die nach bestem Wissen und Gewissen ihren Job gemacht haben, heute als Kohlenazis beschimpft werden, dann geht es mir zu weit. Und dann verliert man diese Männer. Dann verliert man sie auch für den Kampf für eine ausbalancierte Gesellschaft. Und deswegen sage ich, lieber Gesprächsangebote machen. Gekränkte Männer sind gefährlich, sind auch politisch gefährlich, wie man beim Sturm aufs Kapitol oder jetzt in Brasilien gesehen hat. Die einen resignieren, vereinsamen, die anderen werden aggressiv. Und dann kann man sich darüber freuen, wenn die aus dem Ruder laufen und sagen, ja, ja, wir wussten ja schon immer, ihr Männer seid scheiße. Aber man muss auch fragen, warum seid ihr denn so geworden? Und deswegen muss man, glaube ich, dieses... Wer erzieht denn die ganzen Männer? Diese ganzen toxischen Männer, von wem werden die denn hauptsächlich erzogen? Von den unheimlich positiv männlichen Vätern? Ja, da gibt es noch so viele toxisch männliche Väter? Ne. Wenn man sie dann noch beleidigt, dann gehen sie in Reaktanz. Oder in Sonderhofer. Und das soll nicht verweilen. Ja, da regt sie sich total auf. Die ganze Sendung hier, nur Männerbashing. Permanent am Stück radikal Männerbashing. Und dann sagt er mal was Reales nach dem Motto, du kannst nicht den ganzen Tag Männerbashing betreiben. Und dann irgendwie denken, dass die Männer sich dann freiwillig gerne ändern wollen. Und da flippt sie natürlich direkt aus. Dass so Leute überhaupt eine Plattform geboten bekommen, überhaupt. Und hier der Chaot daneben. Dass sie überhaupt irgendwo im Fernsehen sitzen. Du kannst auch keine Rechtsradikalen einladen. Also kannst du auch keine Linksradikalen einladen. Ja, so wie sie sich hier geben. Zumindest. Ich habe jetzt ihr Buch hier nicht gelesen. Aber ihr seht ja, wie sie sich hier gibt. Null Ahnung von irgendwas. Warum geht er nicht einfach mit Frauen in eine Bar? Ja, noch nie, auch nur drei Sekunden irgendwie in der Realität gelebt. Und reißt hier die Klappe auf. Und vor allem alle in einen Topf gesteckt. Jetzt kommt auch wieder hier das Femizid-Ding. Aber weißt du, da musst du sehen, finde ich, was sich da eigentlich gegenübersteht. Weil du hast auf der einen Seite diese Männer, klar, ich will die auch nicht für die Diskussion verlieren. Für die Diskussion verlieren, ja. Indem man jedem sagt, er ist ein Nazi und ein Völge Punkt, Punkt, Punkter. Und so weiter. Und alles über einen Kamm schert. Total wichtig. Aber die kommen halt mit anderen Meinungen nicht klar und werden kritisiert. Und die Männer kommen mit anderen Meinungen nicht klar. Ja, das vom Hardcore-Feminismus. Ja, wo bitte jeder so sein gelassen werden soll, wie er ist. Jeder nach seiner Fasson. Außer du bist ein weißer, heterosexueller Mann. Sicherheitsdienst. Das ist eine Schande. Das ist genau wie das Schreddern von Küken. Dann, äh, Schluss damit. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite steht die Frauenrealität. Und die ist halt, wir müssen mit Femiziden klarkommen. Das ist die allgemeine Frauenrealität. Ja, jetzt wird wieder gesagt, der Mann in sich ist ein böses Tier. Und so weiter und so fort. Ja, und natürlich gibt es, wie gesagt, gewalttätige Männer. Und deshalb kann man sich hier in die Glotze setzen und sagen, Männer müssen sich grundsätzlich ändern. Ja, die Welt ist so. Es ist ein strukturelles Problem und bla bla bla. Wo er ja nur, also wirklich der Femizid-Typ Nummer eins ist. Ich gehöre natürlich auch dazu. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Dann hier meine Nachbarn gegenüber. Ja, die sind wahrscheinlich auch so drauf. Also ich kenne eigentlich keine friedlichen Männer. Das kannst du nicht so gegen, weißt du, die Wahrheit kann nicht da irgendwo in der Mitte liegen. Sondern die muss so ein bisschen mehr, also wir Frauen haben einfach nicht so viel Zeit. So, das, ne? Ja, ja, ich sag nur, wenn man das so sagen... Ja, ja, Junge, du bist doch selbst schuld. Du hast ja versucht, ein bisschen Realität reinzubringen hier. Dann musst du natürlich... Ja, Verge Punkt, Punkt, Punktung. Muss natürlich direkt wieder kommen. Sobald Realität reingebracht wird, nein, 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 der Mann ist grundsätzlich böse und muss sich ändern. Und das, was sie hier will und der Chaot daneben, das funktioniert nirgendwo, dieser Typ Mann. Das funktioniert null. Keine Frau will diesen Typ Mann, außer ein paar völlig Verrückte. Aber keine gesunde Frau will das, was die Kollegin hier aus ihrem Elfenturm oder Elfenbeinturm raus propagiert und der Kollege daneben. Keine Sau, keine Frau will das. Das funktioniert einfach nicht, ne? Das hat er zwischendurch auch mal versucht zu sagen, na, Mutti, das funktioniert einfach nicht. Aber woher soll sie das denn auch wissen und woher soll er das denn wissen? Dafür hätte man mal drei bis sieben Sekunden in der Realität leben müssen. Du willst das Unmögliche. Und vielleicht auch mal im Datingleben mal unterwegs gewesen sein müssen und so weiter, ne? Oder mal mit normalen Menschen sprechen, ne? Guckt euch die Kommentare hier drunter an. Da waren durchaus, durchaus gute Kommentare dabei, wo man sagen kann, faith in humanity restored. Ja, der Glaube an die Menschheit wiederhergestellt. Ja, ganz normale Leute, die schmeißen sich doch weg, also abwechselnd sich aufregen und drüber wegschmeißen über so eine Talkshow. Was für weltfremde Chaoten. Ich bin der Letzte, der Femizide verteidigen will. Nein, das habe ich gar nicht so verstanden. Ich sage nur, man muss die Dinge parallel und zusammendenken. Wir wollen die Männer ja nicht verlieren. Wir wollen die ja nicht in die Fragwürdigkeit, in die politische Radikalität. Wir wollen die abschaffen. Das ist ja das Ziel. Das ist das Ziel, die Männer praktisch zu kastrieren. Das ist keine Männer mehr Sinn. Und dann, es klappt ja schon sehr gut. Man sieht es ja hier. No offense, aber es klappt ja sehr gut. Es ist kein männlicher Mann mit am Start. Kein einziger. Und es wird anderthalb Stunden auf Männer rumgehackt. Und es wird auch nichts hinterfragt vom lieben Moderator in Anführungszeichen. 120 bis 240 Jahre. Es wird überhaupt nichts gefragt. Sie macht natürlich null ihren Job. Sie oder er macht null ihren oder seinen Job. Ihr wisst, wie ich es meine. Kleine Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Ja, es wird ja null hinterfragt. Was gut funktioniert, es wird ziemlich geil durch die Pflanzen gefilmt hier. Und das Studio ist ganz schön. Die Sessel sind hier ganz nice. Und der Sound ist wieder ganz gut. Und halt GZ. In die Einsamkeit treiben. Wir wollen Ihnen ja nicht irgendwelche Ziegelsteine in den Rucksack packen, sondern wir wollen erzählen und Ihnen immer wieder erklären, dass diese Reise, auf die Sie sich machen sollen, dass sie abenteuerlich ist, dass sie aufregend ist, anstrengend und mit Vorteilen verbunden ist. Und warum dann ein Buch über den gekränkten Mann schreiben und nicht ein Buch darüber, wie in meiner Sicht für Frauenrecht und für gegen Gewalt für Frauen einsetzen wird. Weil du musst die Leute auch abholen, also auf eine Wissheit und Weise, wo sie sind und Angebote schaffen. Wieso müssen die Männer denn überhaupt abgeholt werden? Naja, aber wir haben jetzt hier zwei Lager. Wir haben jetzt hier zwei Lager. Ich meine, euch kann es nicht schnell genug gehen. Ja, euch kann es nicht schnell genug gehen. Sehr guter Job. Jetzt ist endlich mal ein bisschen Diskussion hier gerade aufgekommen. Und was macht er dann? Er quatscht dazwischen und bringt es wieder auf den Kurs zurück. Bitte jetzt hier nicht rational diskutieren oder sowas, sondern bitte zurück zur Agenda zum Männerbashing. Danke, Arte. Das war mal so ein guter Sender. Gehen, Tobias. Und dann sagt man, natürlich muss man die Leute auch ein bisschen abholen. Nee, vollkommen. Aber ihr sagt, ihr müsst mal abholen, wo sie sind. Man muss die Realität auch ein bisschen im Auge behalten. Und es ist illusorisch zu glauben, dass wir in zehn Jahren quasi jetzt quasi diesen Schalter umgelegt haben. Der Schalter muss ja umgelegt werden. Das wissen wir ja alle. Das ist ja das Ziel der Sendung. Dass nicht einfach gesagt werden kann, nee, nee, nee. Gesunde Männer bleibt einfach so, wie ihr seid. Beziehungsweise werdet bitte mal wieder ein bisschen männlicher. Ein bisschen mehr Eier. Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Das darf auf keinen Fall gesagt werden. Der Mann muss jetzt auch zur Frau werden. Und warum fliegt uns das denn jetzt auf einmal so um die Ohren? Was ist da bloß los? Das ist wohl immer noch die Toxizität der Männer, dass uns das immer noch um die Ohren fliegt. Dabei gibt es gar keine vernünftigen Männer mehr. Aber wir müssen halt schon auch die Realität in Betracht ziehen. Wie kann so ein gesellschaftlicher Prozess möglichst schnell vorankommen? Weil es ist ja wichtig. Wir sind uns ja alle einig, dass hier das Männerbashing und hier dieser Hardcore-Feminismus dahinten, dass das der richtige Prozess für das menschliche Säugetier auf jeden Fall ist. Fliegt uns bestimmt nicht um die Ohren. Das wird richtig gut ausgehen, wenn das so weitergeht. Ja, das ist eine gute Frage. Also sicherlich, ich würde dir recht geben, so etwas passiert nicht auf Knopfdruck. Und zwar eben deswegen, weil diese Stereotype so sehr verinnerlicht sind und wir sie... Das ist nicht Biologie, sondern das sind Stereotype. Gleich sagt sie doch noch, das ist in fast jeder Gesellschaft so, dass sie meinerseits im Schnitt dominanter sind und so weiter. Aber das sind trotzdem natürlich Stereotype. Und ich kann mir mit allem Respekt, den ich für deine Arbeit habe, nicht vorstellen, dass man Männer innerhalb von ein paar Tagen so einen Habitus abtrainieren kann und die dann am Ende rauskommen und sagen, so und jetzt bin ich geheilt und jetzt kann ich... Ja, jetzt wird es wieder so dargestellt, dass auf seinem Workshop, dass da die toxischen Männer wären. Sein Ziel ist jetzt die Toxizität aus den Männern rauszusaugen, sozusagen, ja, rauszuziehen. Und ja, deshalb sind die Männer da. Nein, die sind da, um männlicher zu werden. Weiß ich jetzt nicht, ob es bei ihm so ist, aber bei mir, warum kommen denn die Männer? Ja, entweder sind es Männer, die schon erfolgreich sind, die wollen einfach noch ein paar Tipps haben oder es sind halt Männer, die haben Probleme damit und wollen die dann weniger toxisch werden. Nein, die haben das Thema gar nicht auf dem Schirm, weil die noch nie toxisch waren, sondern einfach viel zu lieb und viel zu nett sind und einfach mal Erfolg mit Frauen haben wollen. Einfach mal vielleicht die Chance auf Nähe, auf Intimität, auf Knickknack und auf eine Freundin. Ja, oder was Lockeres, je nachdem, was das Ziel ist. Oder wie gesagt, ich habe auch Männer, die können das alles schon und wollen einfach noch ein paar Tipps haben und wollen einfach mit am Next Level Board sozusagen sein. Ja, aber natürlich schreibst du jetzt als Coach für Männer, schreibe ich nicht drüber, ja, hier geht es jetzt darum, irgendwie toxische Männer. Das ist überhaupt kein Thema, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das hat kein Klient auch jemals drüber nachgedacht, sondern es geht ja darum, ja, wie wirst du selbstbewusster, wie wirst du erfolgreicher und so weiter und so fort. Wie kriegst du dein Leben besser auf die Kette, wie hast du mehr Charisma und wie fühlen sich die Frauen vor allem besser auch. Ja, absolut toxisch natürlich. Antisemit! Ich werde sie vor Gericht sehen! Ja, es geht ja nicht darum, Männer zu ändern, sondern es geht darum, ja, dass Männer sich zur vollen Größe aufrichten und dann vielleicht auch erstmal Männer werden. Ja, das Thema Mannwerdung, das fehlt ja den meisten Männern heutzutage. Ja, und dann zu lahmern, ja, die kommen da auf den Workshop und du kriegst das Toxische nicht aus ihnen raus. Also, was ist eine Agenda überhaupt? Das ist so ähnlich, als wenn sie jetzt einen Workshop anbieten würde. Wie wirst du als Frau attraktiver und weiblicher und begehrter bei Männern? Endlich mal ein Bein an die Erde, kriegen endlich mal eine Beziehung, vielleicht endlich mal Nähe, Intimität und so weiter und so fort. Knicknack natürlich auch. Und er sagt dann, naja, das kriegst du aber doch nicht innerhalb von sieben Tagen hin, da die Manipulativität aus den Frauen rauszuziehen. Ja, was, ein Quatsch! Das ist ja eigentlich eine historische Chance auch, um dann zu überlegen, und wie geht es jetzt weiter? Also, dass es mit diesem traditionellen männlichen Rollenbild nicht weitergeht, ich glaube, das ist klar. Da müssen wir uns, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, 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 ja auch keine Ahnung, einfach nicht unterwegs gewesen, nicht im Schützengraben gewesen, gar keine Erfahrung, wie läuft das zwischen Mann und Frau, wie läuft das Flirtspiel, wie funktioniert das menschliche Säugetier beim Flirten, beim Dating, in der Partnerwahl. Dazu muss man vielleicht auch mal in der Praxis gewesen sein. Du kannst es nicht aus deinem Büro raus entscheiden, wie jetzt Männer und Frauen sein sollen, sondern das entscheidet die liebe Natur für uns und was eben funktioniert. Und das Rollenbild, was hier propagiert wird in Sachen Männerbashing, das funktioniert einfach nicht. Das sehen wir ja daran. Deshalb gibt es ja die problematischen Männer überhaupt, weil Männer, die erfolgreich mit Frauen sind und dann vielleicht noch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung betreiben und die Gewalt aus sich ausleiten und diese Energie vielleicht in was Positives stecken, in ein Business stecken oder einfach Sport machen oder vielleicht auch einfach gar keine Lust auf Gewalt haben, weil es jetzt auch nicht so witzig und geil und lustig ist. Dieser selbstbewusste und klassisch positiv männliche Mann, der schamlose Mistkerl, wie ich es immer aus Quatsch so beschreibe, der wird immer gut ankommen, der wird immer funktionieren, außer natürlich bei Hardcore-Feministinnen. Aber deshalb ist man ja auch so, deshalb trainiert man das ja, um diese Hardcore-Feministinnen, die dir das Leben sowieso zur Hölle machen würden, direkt von Anfang an auszusortieren, weil sie auf positive Männlichkeit absolut allergisch reagieren, zum Glück. Ja, du kannst das nicht aus der Bibliothek, aus deinem Buch oder aus deinem Büro heraus ändern und entscheiden, so soll der Mann jetzt sein, sondern du musst in Betracht ziehen, was funktioniert für das menschliche, männliche und weibliche Säugetier. Bei uns ist super viel los im Chat. Ich würde gerne ein bisschen Stimmungsbild auch davon wiedergeben und deswegen lese ich einfach nochmal ein paar Kommentare von euch einfach auch vor. Jetzt kommen die Arte-Kommentare, die auch absolut in der Realität zu Hause sind. Zum Beispiel Alex, die schreibt, ich denke, man ist dann ein Mann, wenn man weiß, was man im Leben möchte und das tut, was einem gut tut und anderen Menschen gleichzeitig respektierend behandelt. Dann haben wir null mit Männlichkeit zu tun, absolut null. Ganz normale menschliche Eigenschaft, das passt jetzt auf alles, hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Von Benedikt, der sagt, ein Männlichkeitsideal kann auch dann sein, dass dieser respektvoll, empathisch ist und sich nicht eben auf Stereotypen festhält und idealerweise, ja, dass hier eben nichts angestrebt wird, was ihm von außen aufobtruiert wird. Obtruiert, einfach so aufobtruiert wird. Hat auch wieder nichts mit klassischer Männlichkeit zu tun. Lest euch die Kommentare unter dem Original-Video durch, da sind wesentlich bessere Kommentare, die auch mit der Realität zu tun haben und nicht mit Arte-Wolken-Kuckucksheim. Wie, wir haben jetzt am Anfang die Frage gestellt, wann ist ein Mann ein Mann? Wir haben jetzt verschiedene Aspekte gehört und zusammen, brauchen wir diese Frage vielleicht gar nicht mehr, sollten wir diese Frage vielleicht gar nicht mehr stellen, wann ist ein Mann ein Mann? Ja, total guter Punkt. Total guter Punkt. Das ist zwar tagtäglich relevant und das ganze Dating-Leben läuft so ab. Wann ist ein Mann ein Mann? Was ist ein guter Mann? Was ist ein attraktiver Mann? Das läuft in den ersten drei Sekunden jeder Interaktion zwischen Mann und Frau passiert das. Da wird diese Frage geklärt. Wann ist ein Mann ein Mann? Ist das jetzt vor mir ein Mann oder nicht? Die Frau selektiert da sehr, sehr schnell ein oder aus. Das läuft permanent ab, aber ja, sehr guter Punkt, sagt sie, weil, ja, noch nie in der Realität gelebt. Das müsste eigentlich verpflichtend sein, vor allem für Hardcore-Feministinnen, Feministinnen, Entschuldigung, dass man mal einen Monat als Frau lebt. Es gibt auch irgendein YouTube-Video, wo irgendeine Frau, äh, als Mann lebt. Es gibt so ein YouTube-Video, wo irgendeine Frau hat sich dann als Mann verkleidet, haben sie irgendwie mit einer Perücke und was weiß ich was und die Klamotten anders, dass sie wirklich wie ein Mann aussahen, hat sich dann einen Monat da bei irgendeinem Bowling-Verein oder sowas eingeschleust und hat dann als Mann gelebt und hat dann mal gemerkt, was eigentlich los ist, was man, ja, wie viel Luft man als Durchschnittsmann ist und wie die Leute untereinander reden und so weiter und war dann, ich weiß nicht, ob sie geläutert war am Ende, aber auf jeden Fall hat sie dann mal gemerkt, oh, ganz so privilegiert ist das hier wohl doch nicht, wie meine MitkollegInnen den ganzen Tag krakehlen, ja, null Realität natürlich, ne. Genau, was, was ist denn männlich und was sollte männlich sein? Also, und ich, ich bin immer für alternative Modelle, zumindest als Brücke, aber ganz ehrlich, brauchen wir das, also dann haben wir sowas wie Caring Masculinity, Männer kümmern sich jetzt auch um Kinder, aber es ist eigentlich ja weiblich konnotiert, also traditionell natürlich nicht biologisch. Biologie gibt es ja gar nicht. Das kann als Brücke, finde ich, funktionieren, aber eigentlich ist es eine menschliche Qualität. Ja, Menschen, das sind Männer, Frauen, ja, das gibt es alles gar nicht so wirklich, Dating gibt es auch nicht, Flirten gibt es auch nicht, Attraktivität und Anziehung gibt es alles nicht, Polarität gibt es auch nicht. Und Hendrik ist auch viel cooler, wenn er einfach Hendrik ist, finde ich. Ja, sag einfach du selbst, ja, wirklich. Ja, kannst du mehr Mainstream-Laberkasten sein? Nein. Und das ist ja das Schlimme, sie ist gleichzeitig so weit links außen und trotzdem Mainstream-Laberkasten. Was sagt das über unseren aktuellen Mainstream aus? Generell, wenn du dich auf der Seite der Mehrheit wieder findest, solltest du dich ab und zu mal umdrehen und gucken, ob du noch auf dem richtigen Pfad unterwegs bist. Denn die Mehrheit, die breite Masse, der Mainstream in jeder Zivilisation seit Anbeginn der Menschheit war jetzt noch nie das leuchtende Beispiel für Individualität, für Wissen, für Vorwärtskommen, für ein geiles Leben und für Friedlichkeit und so weiter. Deshalb, wenn du dich zu oft und zu heftig auf der Seite der Mehrheit befindest, dann ab und zu mal umdrehen und reflektieren, denn die breite Masse ist natürlich in jeder Gesellschaft immer gehirngewaschen gewesen. Wie er bei Man in Black sagt, ein Mensch ist vielleicht intelligent, aber ein Haufen Menschen sind dumme, hysterische, gefährliche Tiere and you know it. Ihr wisst, dass es so ist. Boah, eigentlich brauchen wir es nicht. Christoph, wie siehst du es? Man muss man doch die Frage stellen, wann ist ein Mann ein Mann? Nee, die Frage muss man nicht stellen und... Muss man nicht stellen, die Frage, sie stellt sich halt permanent von alleine. Wenn du sie dir nicht stellst, dann werden es, wenn du ein Mann bist, die Frauen die Frage für dich stellen und beantworten. Wenn mich noch einmal jemand anruft, der mit dem Herbert-Gröne-Meyer-Zitat irgendwie nachfragt und seinen Artikel dann eröffnet oder... Dass ihn überhaupt jemand anruft, ja wozu? Was willst du da erfahren? Institut für kritische Männerforschung. Wir brauchen Männer, ich will auch nicht definieren, was männlich ist. Wir brauchen Männer, die... Das Problem ist, warum es so langsam geht, darauf wollte ich vorhin nochmal eingehen, der Grund sind nicht die Frauen. Der Grund sind, dass Männer seit der MeToo-Debatte und schon seit mehreren hundert Jahren nicht an der feministischen Diskurs teilnehmen, sich raushalten, weil wir davon profitieren. Ja, muss ich nochmal die Kriegsgräber einblenden, wir profitieren davon. Und wir nehmen hier nicht am feministischen Diskurs teil. Mach doch mal abends die Glotze an, da ist kein klassisch männlicher Standpunkt mehr zu sehen. Und Netflix ist ja so männlich und so weiter. Was ein woker Social-Justice-Warrior-Unsinn Netflix größtenteils ist. Wir haben gar kein Interesse, die meisten Männer haben gar kein Interesse daran, irgendwas zu verändern, weil wir 24-7 davon profitieren. Und ich kann nicht erkennen, dass Männer hier irgendwie teilen, dass Männer an dem Diskurs teilnehmen, wo... An dem Diskurs teilnehmen, wo sind denn die Männer, die sich für Frauenrechte einsetzen? Ja, die ganze Sendung ist Männer-Männer-Bashing. Ja, wie kann man so verpeilt sein? Wie kann man so von der Rolle sein? Sind die alle? Ich will Männer auf der Straße sehen und für Frauenrechte kämpfen und für Gleichstellung kämpfen. Wo sind die alle? Für Gleichstellung vor allem, anstatt für Gleichberechtigung, was ja nur jeder, der drei Gehirnzellen hat, befürworten wird. Für Gleichstellung, Equality of Outcome. Das ist Kommunismus und das gibt, wenn wir das nochmal versuchen sollten, gibt es auch wieder Millionen Tote, wie immer. Ah, konnte ich ja nichts wissen. Ist mir scheißegal. Das passiert deshalb nicht und das ist der ganz einfache Grund, weil Männer davon profitieren, weil Männer davon ausgehen, dass wir schon faktische Gleichstellung haben. Männer sehen die Probleme nicht. Männer setzen sich nicht mit der Lebensrealität von Frauen, Intertrans, Non-Binary und wieder das Ei zurück, obwohl es schon weggenommen wurde. Also so ein Laberkasten. Dass so Leute in irgendeine Talkshow eingeladen werden. Und auch noch tonangebend. Und der Moderator auch noch immer sagt, ja, ja, okay. Der ist ja Wissenschaftler für kritische Männerforschung. Ich würde mir wirklich wünschen, es würden einfach mal Aliens kommen und dann in der Sendung auftauchen und sagen, Christoph, halt mal den Rand. Ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt, aber ich dachte, ich hätte Ihnen gesagt, Sie sollen die Klappe halten. Weil es gibt natürlich vereinzelt, aber im Gros, so würde ich dich jetzt mal versuchen, noch mal ein bisschen einzuordnen, quasi, weil es klang so, als ob es gar keiner ist. Also hier sitzt ein Mann, der zum Thema neue Männlichkeit eine Diskussionsrunde führt mit wunderbaren Gästen. Unter anderem, da hast du mal dein Buch geschrieben hat, wo er auch schon sich in die Richtung bewegt. Und du bist ein Mann, der sich dafür einsetzt, quasi, dass es in eine andere Richtung geht, auf jeden Fall. Insofern, ich wollte es nur mal kurz einordnen, weil du sehr pauschalisierend wirkst, aber ich weiß, was du gemeint hast. Das ist definitiv noch... Oh, Kritik? Donnerwetter. Kritik am Ehrengast hier, am Wissenschaftler, der Einzige in der Runde, der irgendwas kann und weiß. Und da hatte er recht, Herr Moderator, hat er endlich mal so in Ansätzen auch nur zu drei Prozent wenigstens seinen Job gemacht und gesagt, ja, hallo, guck dir doch die Runde hier an. Wie gesagt, es geht ja nicht mehr, männerhassender und männerbäschender als diese Talkshow hier. Viel zu wenig im Gro, wenn wir uns jetzt alle angucken. Das kann ich definitiv, glaube ich, so stehen lassen. Das kann man natürlich wieder so stehen lassen. Vor allem jüngere Männer natürlich, aber gerade wenn es über 40, 50 traditionelle Männlichkeiten... Definitiv. Wir machen noch kurz, noch wichtig, das noch mal ganz kurz einzuhalten. Sven, aber an dich auch noch mal die Frage. Braucht man diese Frage eigentlich noch zu stellen? Die Frage zu stellen, wann ist ein Mann ein Mann? So generell, mir ist die Frage viel wichtiger, wer will ich sein? Und das ist vor allem der Hauptpunkt. Und das ist auch vor allem der Hauptpunkt, mit dem die Männer da zu uns kommen. Dadurch legen sie halt ihre Projektion, von was heißt es, ein Mann zu sein, ab und entdecken einfach ein Riesenstück mehr, wer will ich eigentlich sein? Und von mir aus auch gerne, wer will ich als Mann sein? Aber viel wichtiger, wer will ich eigentlich sein? Ja, nicht so viel Männlichkeit. Ja, wer will ich sein? Das bringt wieder nichts. Wer willst du sein? Wenn du der Nerd im Keller mit der Modelleisenbahn, bei der Mutter im Keller sein willst, dann kannst du das machen. Das wird aber dann mit der Wahrheit und der Realität und der Biologie kollidieren, dass dieser Mann von Frauen nicht selektiert und gewählt wird. Und dann sitzt du irgendwann wieder da und hast keine Frauen und das geht eine Zeit lang gut. Da kann man sich eine Zeit lang sagen, ja, das ist kein Problem, aber irgendwann wird das bitter. Und wenn es lange bitter ist, dann wird es schnell verbittert und dann gibt es wieder Probleme. Ich habe dir gesagt, irgendwann gibt es Schwierigkeiten. Deshalb, wer willst du sein? Ja, ist durchaus eine sinnvolle Frage, aber auch immer dazu fragen, warum willst du das sein? Und wer willst du sein? Das steckt auch wieder dieses, ja, sei einfach du selbst und ich selbst und eine feststehende Identität anstatt ein fließendes Konzept von der Identität, was wesentlich mehr Sinn macht. Du musst es immer in Einklang mit der Biologie, mit der Realität, mit der Frauenwelt da draußen bringen und auch, was sich für dich gut anfühlt. Denn nur, weil du sagst, ja, wer will ich denn sein? Und dann wirst du jetzt genau der. Wenn das dann auf die harte Realität trifft und einfach nicht funktioniert in unserer Welt, dann macht das trotzdem nicht glücklich, auch wenn du das vorher gewollt hast. Deshalb, wie ich immer sage, das, was von den Frauen selektiert wird, ist das, was sich für das Gros der Männer, für die meisten auch gut anfühlt. Deshalb einfach klassische Männlichkeit, sich antrainieren. Das tut gut, das macht Spaß, das bringt beiden Geschlechtern was. Tobias, ist die Frage noch zeitgemäß? Nee, ich habe mir die ehrlich gesagt auch nie gestellt und ob jemand sich für Autos oder für Kunst interessiert und so weiter. Also, da muss ich mich gar nicht anstrengen, da die ganze Vielfalt von Männlichkeiten zu sehen, die es halt nebeneinander gibt und geben sollte. Ja, die ganze Vielfalt. Also, alle möglichen Männer werden da selektiert von interessanten, jungen, attraktiven Frauen. Da gibt es keine Gemeinsamkeiten. Männlichkeitscoaching ist Quatsch. Ich sollte meinen Job an den Nagel hängen. Es ist zwar immer der gleiche Prozess, du siehst immer genau, wie der Mann sich verändert. Wenn er in eine bestimmte Richtung geht, dann läuft es besser mit den Frauen. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich ja nur ein. Oder wenn es dann natürlich doch klappt, ja, Überraschung, ja, dann ist es aber natürlich nur, weil die Frauen das auch aufobtruiert bekommen, wie wir eben gehört haben. aufoktroyiert heißt es. Im Buch, das du angesprochen hast, ist mein letzter Satz, ich möchte kein moderner Mann, ich möchte ein guter Mensch sein. Und das ist jetzt so ein bisschen... Ja, damit es wieder weg von dem Thema Männlichkeit überhaupt nichts mehr aussagt, einfach nur bla bla ist und dann wieder hier den being pregnant is sexy Applaus mitnehmen kann. Das sagt doch überhaupt nichts aus. Das, was auch angeklungen ist, das ist eine andere Kategorie. Sie ist nicht irgendwie im Zeitgeist verhaftet. Ich mache A, B, C, dann bin ich kein traditioneller, toxischer Mann, sondern ein moderner, toller Mann. Das geht mir nicht weit genug. Ich glaube, es gibt menschliche Eigenschaften, von denen man schon spürt, ist man auf der Seite der Guten oder ist man auf der Seite der Bösen. Und ich wäre gerne auf der Seite der Guten, im Umgang mit Frauen, im Umgang mit Männern, im Umgang mit Kindern. Und wie auch, ja, auch bei eurem Seminar habe ich den Eindruck, da geht es eigentlich um eine Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um Selbstwertgefühl. Es geht um Selbstbewusstsein. Ob das jetzt männlich ist. Auch Frauen, die aus der Ukraine mit ihren Kindern fliehen, brauchen Mut. Und genauso wie die Männer. Ja, ich kann das alles gar nicht so sagen. Flirten, Dating, Polarität. Männlich zieht weiblich an und andersrum. Das gibt es alles nicht. Das ist alles irrelevant. Funktioniert zwar permanent so, läuft die ganze Zeit so ab, aber gibt es trotzdem nicht. Die zurückbleiben und kämpfen. Es geht darum, verantwortungsbewusster, empathischer, souveräner Mensch zu sein. Ja, natürlich geht es darum. Und dann musst du aber gucken, bin ich jetzt Mann und Frau? Und was funktioniert da? Welche Art von Männlichkeit funktioniert im Schnitt? Und welche Art von Weiblichkeit plus Optik und so weiter funktioniert im Schnitt? Absolut, absolut toxisch, sich um sowas zu kümmern. Auch wenn es sich für alle Beteiligten noch so gut anfühlt. Und für die Welt gut ist. Sein. Kann man schon mal applaudieren dafür. Kann man schon mal applaudieren. Being pregnant is sexy. Weil wenn nichts als Aussage drin ist, dann ist das ja Mainstream genug, dass man da sagen kann, toller Satz. Einfach ein toller Satz. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist mein Ziel, das versuche ich. Vielleicht noch einen Satz zu dir, weil du vorhin meintest, ich glaube, dass das auch geht, ohne... Also dieser Typ, dieser Typ. Haben wir auch ein paar Kommentare hier unter dem Originalvideo und ein paar interessante Mutmaßungen angestellt, was da so, wie da so die Kindheit und Vergangenheit und psychische Disposition ist, was mich null wundern würde. Ein sozusagen bekennender, engagierter Feminist zu sein. Also ich glaube, man kann ein guter Mann, ein guter Mensch sein, man kann sich mit Männern treffen, ohne Männerbündler... Man kann sich mit Männern treffen, ohne Männerbündlerisch zu sein, will er jetzt sagen, man kann ein guter Mann, ein guter Mensch sein. Was? Prügel in Serturium für diese Unverchemtheit. Au! Also das dürfen wir aber eher nach 23 Uhr erst ausstrahlen hier. ...undlerisch zu sein. Ich sehe kein Problem darin, mit vier, fünf Männern in der Kneipe zu sitzen. Und wenn man sozusagen kein Komplize des Patriarchats ist, wenn man auf Ungerechtigkeiten hin... Wie soll das denn gehen? Du sitzt doch mit vier, fünf Männern da. Du hast es doch gerade selbst beantwortet. Natürlich bist du dann im Patriarchat gefangen. Du bist dann toxisch. Das ist dann einfach so. Auch wenn es alles totale, harmlose, positive Nice Guys in dem Fall sind. Wenn man die Stimme erhebt, wenn man sieht, wie jemand schlecht gemacht wird oder diskriminiert wird, dann ist es... Ja, das können ja Männer nicht. Das geht ja nicht. ...gab ich auch okay zu sagen, mein Thema ist ein anderes. Ich schreibe lieber Opern oder ich bin ein IT-Spezialist, aber ich muss jetzt nicht sozusagen den ganzen Tag mit einem Schild, ich bin Feminist rumlaufen. Ach nee, der Satz war wieder sinnvoll. Seid einfach ganz normale Männer. Einfach wie die meisten von euch, die das hier gucken werden, auch sind. Einfach ganz normale Männer halt nicht gewalttätig werden. Fertig. Haltet euch im Zaum. Wer Bock auf Gewalt hat, muss halt zum Psychologen. Und fertig. Was ich noch viel wichtiger finde oder sozusagen zusätzlich auch immer empfehle, ist so eine Gender-Brille im Alltag aufzusetzen. Also einfach mal ganz bewusst in unserem Alltag mal zu gucken, wo treffe ich denn auf Rollenstereotype? Was habe ich denn selber auch für Erwartungen? Und an welchen Normen orientiere ich mich? Und da werde ich im Alltag auf so viele Situationen stoßen, wo ich immer wieder Geschlechterrollen reproduziere. Und das ist eine gute Übung. Also je mehr ich darüber reflektiere und darüber nachdenke, desto mehr kann ich mich einüben, darin vielleicht mal ganz bewusst auch einen Kontrapunkt zu setzen. Sehe ich genauso. Frauen ab in die Kanalisationen. Die Drecksjobs. Bitte ab jetzt hier Müllschubse und so weiter. Ab jetzt bitte von Frauen übernehmen lassen. Einfach mal was anderes machen. Kriegsgräber. Wie es immer heißt, gibt es auch diesen Spruch, die Frauen sind die ersten Opfer des Krieges. Ja, weil die Männer wegsterben, sind die Frauen die Opfer des Krieges. Der ganze Friedhof, Vollmännergräber. Man würde ja die Schnauze halten hier. Man würde gar kein Video über sowas machen, wenn das nicht so himmelschreiend bescheuert die ganze Zeit wäre. Und ständig kriegst du gesagt, du bist ein Ausbund der Hölle und was weiß ich was nur, weil du was zwischen den Beinen hast. Ja. Das ist so albern. Frage. Abschließend. Nette Frau, aber halt auch völlig verpeilt. Beziehungsweise verpeilt ist sie nicht. Die ist halt sehr im Mainstream drin und sitzt in einem Büro und wird wahrscheinlich wenig Ahnung von den wirklichen Geschlechterdynamiken haben, wie sie draußen passieren, wenn du im Schützengraben unterwegs bist. Und würde ich euch gerne noch einen Kommentar von Sonja vorlesen. Sie sagt, wir brauchen keine neue Männlichkeit, wir brauchen eine neue Menschlichkeit und die ist geschlechtsneutral. Kannst du weniger aussagen mit einem Satz? Kannst du mehr Mainstream-Laberkasten als dieser Satz sein? Nein. Sehr schönes Kommentar. Wann ist ein Mann ein Mann? So hieß der Arte Rehsalun heute, worüber wir diskutieren? Mainstream ist einfach zum Schreien. Es ist einfach herrlich. Wer toxisches Coaching will und wirklich vorwärts kommen will als Mann, aber auch als Frau, ich coache beide Geschlechter, der kommt gerne zum Coaching. Links dazu sind unten in der Beschreibung und gerne noch das Video im Abspann anklicken und gucken. Bis dann. Alles Gute. Haut rein. Ciao.